Das ist aber eine dubiose Internetseite. Ach du Schreck, ist das etwa eine von diesen? Was habe ich nur getan? Na, Frau Lachmann? Falschen Link angeklickt? Ich wusste, ich würde Sie irgendwann erwischen. Um an Daten und Zugänge zu kommen, schrecken Cyberkriminelle von nichts zurück. Phishing nennt sich die Methode, bei der arglosen Opfern wertvolle Informationen entlockt werden. Hier, schon wieder so ein paar Mails, bei denen ich nicht weiß, ob ich ihnen trauen kann. Also, wir müssen extreme Gefühle ansprechen. Entweder die Hoffnung oder, noch besser, die Angst. Und die verknüpfen wir mit Dringlichkeit. Gesperrt, wieso das denn? Das machen wir standardmäßig. Aber wenn Sie wollen, kann ich Ihnen den sofort wieder freischalten. Ja, bitte. Ich muss doch Mails verschicken. Okay, dann geben Sie mir schnell Ihr Passwort, bitte. Entwickeln Sie also ein Gespür für fiese Maschen und ein gesundes Maß an Misstrauen. Dann werden sich auch die raffiniertesten Gauner an Ihnen die Zähne ausbeißen. Wir sehen uns im E-Training. Und da geht Ihr Passwort. Untertitelung des ZDF, 2020